Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate, dem letzten Part. Wohl war von unserer Kutsche geprügelt. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Na gut. Der Verantwortliche für die Sirup-Verteilung hat einen Kampfklub bei der Gießerei. Meine Kunde. Ich habe endgültig Schluss mit deinem Mützchen. Recht in der Flutte. Willst du mich jetzt noch kitzeln? Zack. Erstmal der hier weg. Der stört. Meine Güte. Ach Mann. Immer sind wir tot. Tja. Naja. Zack, zack. Erstmal beteiligen wir die Kombi. Müsst mal ausprobieren, ob das funktioniert. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Was gibt's Neues? Klar, Renni. Du Fang neben. Da bist du ja. Da hinten. Nötig bleiben, na. Geh, na. Ach. Das wird nicht so gut sein. Ach, jetzt haut er wieder ab. Wo wird der Sirop hergestellt? Sprich jetzt oder schweige für immer. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei ist. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungs-Sirup-Produktion ein für allemal. Ja, okay, wir haben nichts gestohlen, aber noch nichts. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Und du bist im Weg. BAM! 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 Oppa! emplo Sack олж. So Oh, ja. Und schon, wo hier? Okay. So. Wenn wir uns das hier einmal ... Oh, das wird dir noch leidtun. Jetzt hast du es geschafft, Junge. Da ist doch da hinten das R, das hier. So. Hoppa. Nehmen wir das schnell mit. Und da sind wir. Wo ist eigentlich der Zug gerade? Wo ist der? Wo ist der Zug? Da. Da müssen wir auch für die Mission hin. Aber da sind wir noch zu schwach für. Also machen wir hier ein bisschen weiter. Wir sind hier. Das ist Level 5. Da sind wir. Das ist ein volles Level. 4. Ja, passt. Gehen wir da hin. Gehen wir dorthin. Und das regnet auch noch. Hoppa. Die Kiste nehmen wir noch schnell mit. Und tschüss. Hier müsste auch noch eine Kiste sein. Das ist nur die Frage, wo. Das ist natürlich hier oben. Jawohl, ja. Das ist ja. Sollen wir das ja einfach mal versuchen, auch wenn das nicht unter Level ist? Obwohl, können wir... Ja doch. Machen wir, oder? Machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Schlauer Junge. Das verkompliziert die Sache. Ach was. Das heißt, wenn einer drückt, er hergeht. Warte nur, ich hacke mich in Stücke. Mir hier zu kommen war ein Fehler. Ja. 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 Ah, schön, die helfen uns. Danke, Jungs. Danke, danke, danke. So. Öffnen. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentleman erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen... Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Wer ist er? Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Sehen Sie sich das an? Was denn? Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Datura stramonium, oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich, ekelerregend. Opium? Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Oh je. Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Dreimal dürfen Sie raten. Was ist das? Zack. Oha! ja das sind zu viele ich bin das sind zu viele das geht nicht mehr lange gut ich werde dich gerne absetzen aua zack da kommen wir ab der letzte hat uns erwischt war 19 bei 864 wurde die die Mautschlagbäume mit Schranken an den Hauptstraßen Londons die bis zu Mano der letzte hat uns tatsächlich doch noch umgelegt na gut so wir sollten die alten Ahja Okay. Idiot. Einfach abgestürzt. Na gut. Auf ein neues Hopp. Laufen wir ein wenig. Kann der tanzen? Nein, nicht ganz. Okay, wir sollen alle mit dem Gas. Aber wie machen wir das am geschicktesten? So. Wo ist denn diese blöde Kiste hier? Hier erscheinbar nicht. Wo ist denn die blöde? Schau! Schau! Schau die weg! Geh! Geh! Eindringlich! Geh! Geh! Ach! 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 Juhu! Da ist er! Nein, er ist die Schussbahn nicht! Nicht gut! So verdammt nicht gut! Da nehmen! Wir müssen wirklich anonym... Eieiei! Okay... Gucken wir mal, ob wir es schaffen, sonst... Schaut mal, fährt unser Zug grad! Oh, wie solltest du besser Angst haben? Hier ist einer eingedrungen! Ach! Ach! Das kriegen wir schon noch hin! Das kriegen wir schon noch hin! Das kriegen wir schon noch hin! Nein! Ha! Genau! Genau! Manu! Oh! Das muss doch funktionieren! Ich werfe da gleich einfach eine Rauchbombe rein! Und dann wird das schon! Was? Ja! Komm schon! Ja, zählt das nicht, ja? Mann! Du kannst es mit mir aufnehmen. Worauf wartest du noch? Welche Richtung ist es denn? Mann, Mann, Mann. Ihr harte Kerl ist verschwunden. Hört ihr euch! Freier wirklich Schussball. Ich bin schon erschöpft. Vorsicht! Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll, ohne da einen zu töten. Du bist mein Fluch gegangen! Wir brauchen keine Spielchen mit mir. Aber ich würde mal sagen, Freunde, darüber machen wir uns beim nächsten Part Gedanken. Ich sage erstmal vielen Dank und bis dahin. Ciao! Dann sind wir uns zum Beispiel. Einen C weight geladet, wenn geht's das Problem so? Und beim nächsten Mal bis zum Beispiel Watiendbe釣りKY- hjälj uns mal auf da hin,